Musik So, Musikladen Hannover, jetzt gehe ich mal Gitarren einkaufen. Musik Und da erspere ich doch auch schon meine Lieben ins Gitarre. Musik Was ist die Axt da oben? Musik Steht mir sowas? Das ist natürlich für meine Witten, die Sie gerade auf der Bühne etwas gefährlich. Aber da ich rechts außen stehe, steht hier jemand, der ich abschließen kann. Es ist schon spitz. Aua! Musik Das ist mein Ibanez. Bisschen dezenter. Genau, ist auch besser gestillt. Das ist mein Ibanez. Meine Hausmarke. Die ist aus Asphalt gebaut. Das ist so, wie so ein Fußballplatz. Wie so ein Hartplatz, oder? Genau. Kannst du die Fingernäcke immer gleich fallen. Für den Sonntagmorgen früh shoppen. So, jetzt haben wir ein guter Stimmung. Schnellen. Tour 2009 neigt sich dem Ende zu. Heute das finale Konzert in Hannover Rock City. Das ist die Stadt, aus der die Scorbids kommen. Das ist unsere große Vorbildband. Wo die waren, da wollen wir auch noch hin. Amerika Tour 2010 schon gebucht. Madison Square Garden eine Woche bereits ausverkauft. Ein Jahr vorher, das muss man sich mal vorstellen. Wann gehen wir wieder auf Tour? Im Dezember. So lange muss man dann Blues zu Hause spielen. Schöne Gitarre. Loser das auf Tour. Wann gehen wir wieder auf? Wenn du dann rauskommst.